Bang! Mit so viel Verantwortung. Damit konnte ja nun keiner rechnen. Mit jedem neuen Tag lerne ich mehr über den Handel. Über die unterschiedlichsten Bereiche. Die komplexen Zusammenhänge. Und über meine eigenen Stärken. Dabei werde ich gefördert. Und gefordert. Perspektiven? Die erlebst du ja hautnah. Dabei sein, wenn's passiert. Starten Sie durch als Young Professional.